Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Project Waro 3 mit Bind. Oh, wir können so echt join, ich bin drauf. Achso, perfekt. Sponsor! Oh shit. Oh mein Gott, ich dachte ich kann nichts platzieren. Ich veröffentlicht. Okay, jetzt kann ich mich bewegen. Wir haben eben eine Bauwahrer-Folge aufgenommen, da möchte ich jetzt nicht drüber reden. Hast du schon Dingsbums abgebaut, die Öfen? Ja. Sehr gut, dann lass uns weiterziehen, oder? Jupp. Wir haben das Stripmein. Ja, ich denke ich werde jetzt auch Stripmein, aber ich weiß halt nicht wo du bist, ne? Ist doch nicht klar. Ja, wäre aber nicht schlecht. Beziehungsweise, er ist eigentlich auch recht schlau, wenn man bei den Höhlen überall so, weißt du, wie beim Stripmein diese Reingänge baut. Achso, ja. Ich habe gerade noch eine Nebenhege in der Höhle gefunden. Eine kleine, oder? Hast du eine Nebenhöhle? Als Naseborenarzt, ja. Ich habe sonst Stripmein wieder gefunden. Oh mein Gott. Das ist knapp. Hm. Wir sind mal wieder Dias finden, Krav. Ja, war ja nicht schlecht. Ich habe gar keine Dias mehr, ne? Äh. Du hast doch mal zwölf. Ja, aber die habe ich ja schon verhaftet. Du hast doch gerade Schuhe an den Füßen, Diggi. Ja, wir sagen, ja. Ich glaube, woher die kommen. Ich brauche mal essen, Alter. Wir sind hier irgendwie Dias runtergestellt oder so. Ich weiß nicht. Worauf finden wir mehr? Definitiv. Du bist so. Ich habe eine Kartoffel. Oh mein Gott. Das ist genau. Eine Kartoffel kann zu anbauen. Mit Knochen. Ich habe 13 Knochen. Ich habe viel Knochenmehl. Okay, nice. Ja, sag, wo du bist. Okay, komm. Wo bist du? Soll ich kurz sagen? Ja. 577. 1200. Ja. Ich muss ein bisschen durchziehen. Warte. 577. 1200. Eieiei. Soll ich weitergezogen. Ich muss noch Erde holen. Fuck. Erde finden, man. Saved in a cave. Ja. Ich habe die Erde. Ich habe die Erde. Stoff. Mund Schnaps. Das dachte ich mir gerade auch. Ich bin nirgendwo hochgegangen. und jetzt bin ich leider mal da. Machst du da bis 1 und 1? Die Sound schon wieder, Alter. Ich bin hier. Hallo. Ja, ich bin jetzt weg. Na, tschüss mal. Na, nice. Ich platziere mal die Erde. Achso, ja, genau. Wie viel hast du denn bitte geholt, Tigi? Bananen. Ich war ein bisschen abgeholt. Ich brauche mir nur eine Erde, na? Die, 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 die. Wie bist du die Bälle? Ist ja. Jetzt noch die Kartoffel. Warte. Ohne, kann ich auch keine Kartoffel weitermachen. Also ich muss im Wasser holen. Ich habe doch schon was. Das reicht doch. Ich bin mir respektiert. Loll, hier waren wir noch nicht. Na, check mir aus. Ich muss gut. Gold holen. I'm coming home. Playstar, playstar. No man, no man, nee. Ich habe ein Standbild. Mal wieder ein Standbild. Very nice, yeah. Bitte save mich. La, 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 la. So, zu grüchen, ja. Ach, Gott sei Dank ist es gar keine Zeitverschwendung. Ja, man. Ich plack dir. Die ganzen, ach, die Kartoffel liegt hier. Ich plack dir. Hä? Ich meine, man bekommt direkt eine Bo... Nein, oder? Was? Die Potatoes... Nein, es wäre kein Licht hier, deswegen sind die nicht gewachsen. Okay, komat. Nee, in meinem Text schweck sie die Potatoes sind gebraten aus. Wo ist ein Onkel? Ja, sind die nicht inzen gebraten? Nein. Wolloll. Sind das bei dir normale Potatoes? Potatoes, ja. Oh, die Sounds, ja, Mann. Geil, Mann. Noch Knochenmehl? Nein. Ja, gut, dann ist es fertig. Ja, lass es. Ja, Knochenmehl habe ich nicht. Lass da unten die Kartoffeln reinpacken. Ja, aber ich würde nicht alle, ne? Ja, lass eine saven. Ich save eine. Da vorne liegt noch eine. 30... Ich habe eine jetzt noch am Ende. Ja, hier sind auch noch welche angepflanzt. Nee, ich weiß, ich hatte da hingepackt. Ja, brauchen wir da nicht. Ich schaue mir, wir nutzen einfach und dann wieder abdauen. Ich will heute hier nicht die ganze Zeit warten und denen dann wachsen zu gucken oder so ein Schatz. Doch, doch. Ich bin der Farmer. Ich bin der Farmer. Ich bin der Farmer. Was wird mit dir nochmal hingelaufen? Ganzes Lied, ich bin der Bauer. Wohne auf dem Land und melke Kühe. Ich habe viel... Ich habe keine Frau, doch gib mir Mühe. Kennst du das Lied? Nein. Oder das Lied ist Legende. Ich kann nur dieses Lied. Ich bin der Farmer. Geboren auf dem Land und melke Kühe. Ich habe keine Frau, doch gib mir Mühe. Guck mal, Candy. Gut, ich sollte mit dem Lied zu DSS gehen, oder? Ja, Liederbohlen. Weißt du, was ich mache? Ich füge jetzt einfach so ein Typ ein, der singt und dann meinen Song weißer. Weißt du, was ich mache? Ich bearbeite das Video nicht mal. Also, so wie immer. Ja, so wie immer. Ich bin kein Bocker. Weißt du, ein Tier kann ich ja, ne? Ich habe keine Lust. Siehe mein Montage, Bethel. Dankeschön. Weißt du, was ich mich frage? Der Typ meint hier, man darf jetzt heute fünf Folgen machen oder so, ne? Ja. Warum war dann einer in Folge 7? Und kannst du jetzt mal beim Stuttmann helfen, oder was machst du gerade? Klotze gerade die Kartoffeln beim Wachsen zu, oder was? Bist du auch für 7? Ja. Ja. Was dagegen? Ja. Vielleicht aus Versehen. Was sehe ich nicht? Bin ich auf Höhe 8. Oh, ein junger Band, Alter. Sorry. Und Chip-Meingang, was ein Wunder. Hä? Wie ist das dumm? Bei mir sehen gebratene Potatoes aus wie normale Potatoes. Und normale Potatoes sehen für mich gebraten. Ich dachte, wo wäre er mit dem Tech-Spec-Pack-Vater, ne? Das Digger sieht so komisch aus. Seems legit. Das Tech-Spec-Pack wird erst mal nie wieder benutzt. Was ein Rotz. Spaß, ich liebe Tech-Spec-Pack, das ist voll geil. Ich muss ein neues verlinkt. Ich finde es voll krass, dass man sein Tech-Spec verlinken muss. Weißt du, es muss verlinkt sein. Achso, erst mal wieder auf den Trato. Ich finde es voll krass, dass die das von den Trato gesponsert bekommen haben. Voll krass, Digger. Hey. Ich finde es voll krass. 23. 23. Guck, hier gibt es uns Dias. Stopp. Direkter Typ. Und das ist nicht unser Strip-Mein-Gang, oder? Ich weiß nicht, hast du Kartoffeln gesaved? Ja, ich habe welche gesaved, zwei Stück. Das ist nicht unser Strip-Mein-Gang, oder? Keine Ahnung. Ey, lass den benutzen, hier wurde ja nicht gestript-meint, das wurde ja nur straight gebaut. In eine Richtung. Es passt auf meinen Strip-Mein-Gänge, aber... ...können wir ja Bluken... ...nimm gleich die, äh, baked potatoes aus dem Ofen, und dann komm ich zum Strip-Mein-Diggy. Na, aber ich hab die... ...dann bist du und im Kampf, logge dich nicht aus. Hat dich gehauen. Ja, der Artman hat mich sehr viel geschlagen, als Spectator. Wund so. Du musst es mal am Ende der Folge machen, dann hab ich ja die ganze Zeit, äh, mehr Zeit. Scheibe das, mach das am Ende der Folge. Scheibe sie in das? Gib es atmen in den Diggi. Scheißlau. Das ist doch unser Strip-Mein-Gang. Look at your nose. Das ist noch weiter, Diggi, wir müssen noch hier irgendwann mal Dias finden. Ähm, ja, also in Babu-Warro hatten wir auch, hatte ich, äh, ich hatte auch eine göttliche Öle, aber... Ne, man kann sich keine Golden-Heads machen, das World-Heads kannst du wegschmeißen. ...habe ich auch. ...anfach nicht antworten. Ustja. Warum? Ja, das kostet halt alles Zeit. Ustja. Und bei unserem Equipment, wir haben wirklich keine Zeit. Ich muss ihn weiterfahren. Was hast du gerade ab? Ne, ich kann ja auch sein, dass er hat man irgendwie was abbaut. Fand ich halt sau lustig. Und jetzt, wir sind wieder auf. die öfen abgebaut mit den und in meiner sicht konnte er auch nicht ich hoffe luca macht den ehrenlosen und tötet dich in barbo war ist so gut und wo habe ich einfach auch gewusst ich habe zwei gab es eigentlich auch mal seitengänger machen ich brauche nicht vor die maßen hättiger guck du mal wie weit hinten ich bin du hast die diapik x ich habe eine cave ich habe eine cave komm ich mit ich sehe dich gar nicht mehr jetzt jetzt kannst du mal gucken hier auch mal ein paar seiten ginge vielleicht finden wir ja was es ist mein chef aber es ist jetzt mein chef auch für 14 ja mein gott 9 9 kommt schnell vorbei ist neuer der ist auf jeden fall neu wie viele menschen finden wir denn da gibt es ausgelockt ja trotzdem schade ich dachte wegen mops nicht okay der folge schaut beim körper bei haut rein